Finisht Construction. Ja, die finnische Construction ist auch die beste. Wissenschaftspaket Stufe 2 haben wir jetzt schrei gefaltet. Stahl, fortgeschrittene Maschinenteile. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Foundry in der Alphalfa, meine lieben Freunde. Und wir haben es beim letzten Mal endlich geschafft, das Stromnetz so weit auszubauen, dass wir jetzt tatsächlich an beiden Locations Solarstrom nutzen. Die Frage ist jetzt, reicht das, was wir an Solarstrom produzieren, um uns über die Nacht zu bringen? Insbesondere dann, wenn hier auch die Brenner mit der Biomasse nicht mehr laufen. Das ist so die große Frage. Ihr habt mir auch gesagt, ich soll mal ein bisschen mehr von den Komfortfunktionen benutzen, die das Spiel so bietet. Aber der Reihe nach. An der Stelle natürlich erstmal die übliche Aufforderung. Wenn ihr das Projekt hier feiert, dieses Foundry-Projekt, dass wir uns das reinziehen, lasst um Gottes Willen auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall gerne in die Playlist rein. Das ist aber am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. Ihr könnt auch gerne die Kommentare b-b-b-b-bär nutzen, um mir mitzuteilen, was ich alles noch für Komfortfunktionen benutzen soll, die ich die ganze Zeit ignoriert habe. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Bär-Nachrichtigungen aktivieren, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Genau, also ihr habt mir gesagt, erste Komfortfunktion. Ich soll G drücken. Das steht auch rechts unten in der Ecke, da vom API sehen. Wenn ich Forschung einstellen will, da muss ich nämlich nicht immer zum Forschungslabor rennen. Das wird ganz schön lange dauern, bis ich das dann mal so verinnerlicht habe. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. So, dann würde ich doch mal sagen, wir haben hier noch Conveyor-Distribution. Starten wir da gleich mal die vor Verforschung. Und dann, genau, habt ihr mir gesagt, bei den Anlagen, da gibt es nicht nur den mittleren Knopf, Inventar verwalten. Da gibt es auch zwei Knöpfe links und rechts neben Inventar verwalten. Also man kann das auf die Spielwehrart machen. Man kann ins Inventar reingehen und das hin und her schieben. Ja, das ist meine Art, wie ich das mache. Man kann aber auch sagen, man nimmt zum Befüllen diesen Knopf. Guck mal, dann ist plötzlich wieder Erz drin. Und man kann zum Entnehmen diesen Knopf nehmen. Da muss man nämlich gar nicht ins Inventar rein und das verwalten. Aber ich bin doch so ein Verwalter, deswegen gehe ich da so gerne rein. Eigentlich ist das Cheaten mit diesen Knöpfen da am Rand. Weil, guck mal, das ist ja so, als wenn du deinen Wäscheschrank hast und du willst dir frische Wäsche rausholen. Und dann guckst du den Schrank nur an, statt den aufzumachen und plötzlich hast du frische Wäsche an. Das geht ja eigentlich gar nicht. Eigentlich muss man ja sagen, das ist Cheaten. Weil eigentlich muss ich ja das aufmachen, bevor ich was rausholen kann. Deswegen, das ist ja voll unlogisch eigentlich. Nein, das ist natürlich eine Komfortfunktion. Ja, ich wollte euch ja eigentlich nur triggern, indem ich immer ins Inventar gehe. Ich muss ja auch Leute triggern, das ist ja ganz wichtig. So, guck mal, was wir da jetzt alles haben. Jetzt habe ich das wieder gemacht, siehst du? Jetzt habe ich das wieder gemacht. Alles gut. Gut, genau. Nein, ich werde ab jetzt immer G drücken zum Forschen und ich werde immer jetzt die Pfeile benutzen, um Sachen rauszunehmen. Mal sehen, wie lange das vorhält, die guten Vorsätze. Das ist wie diese guten Vorsätze an Silvester, das hält immer nicht lange. Genau. Ne, jetzt müssen wir mal schauen. Was haben wir denn jetzt erforscht? Wir haben jetzt Container erforscht. Das ist doch nice. Container sind Sachen, die man befüllen kann. Das ist gut. Lass mal einen gleich machen. Dann gibt es auch einen Logistik-Container. Das gibt es auch. Auch Maschinenteile, lass mal gleich auch einen machen eigentlich. Und ich will jetzt mal eine Tür machen. Guck mal jetzt, wo wir so eine Überschüsse an Material haben, mache ich das mal. Und nochmal ein Solarpanel für die andere Seite, für die Anlage da drüben, damit da auch noch ein bisschen Energie reinkommt. Das ist doch auch eine gute Idee. Das brauchen wir gleich mal da auf. Das müsste da genau noch hinpassen eigentlich. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen Input, wenn dann wieder die Sonne aufgeht. Weil der hier, okay, der Biomasse-Generator, guck mal, der brennt gerade gar nicht. Die zutzeln erst die Batterien aus. Ah, guck mal, das ist ja geil. Es werden erst die Batterien ausgezutzelt, bevor die Biomasse-Brenner starten. Das heißt, die Biomasse-Brenner sind automatisch dann Backup-Generatoren. Wenn dann der Grid leer ist quasi. Also wenn die Batterien im Grid alle sind. Das ist ja cool. Notstrom-Generatoren. Nice. Das ist richtig genial auf jeden Fall. Dieses Spiel denkt einfach so mit. Das ist ja fast schon beaängstigend, wie dieses Spiel mitdenkt einfach. Das gibt es ja gar nicht. So, dann macht mal hier jetzt noch das Panel hin. Genau. Oh, da steht zur Hälfte. Missing Building Foundation. Ja, warte mal, da steht zur Hälfte im Dreck. Das geht ja mal gar nicht. Hier, das muss eins nach vorne. Genau, jetzt klappt das so. Und jetzt müssen wir das connecten. Genau, so, jetzt ist verbunden. Genau, und da ist natürlich gerade keine Sonne. Deswegen ist da nichts. Man kann das sogar auch abschalten. Nicht schlecht. Sonnenangle 327 Grad. Wie spät ist es denn? 4 auf 45. Dann wird ja gleich die Sonne aufgehen, denke ich mal. Wie viel Batterieladung haben wir denn noch? Da hat der Götzi gleich mit Prime abonniert. Nicht schlecht. Vielen lieben Dank. Dankeschön, willkommen und viel Spaß. Wie viel Batterieladung ist denn noch am Start? Oh, noch 6%. Oh, da kommen wir ja schon fast über die Nacht, nicht wahr? Wenn jetzt noch ein Solarpanel dazu kommt, dann könnte es sein, dass wir das sogar schaffen. Nicht schlecht. Ohne, dass wir die Biomasse brauchen. Ist auf jeden Fall nice. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt schon deutlich weniger um meine Stromversorgung kümmern. So, jetzt ist das nächste Mysterium. Wir müssen mal jetzt aufklären, wie wir jetzt eigentlich die Stufe 2 Forschung bekommen. Ich mache jetzt mal noch einen Assembler. Ich will nämlich mal... Ah, guck mal, siehste. Hammer Forschung... Moment, jetzt nicht zum Labor gehen. Wir drücken G. Ich könnte jetzt schon die Stufe 2 Förderbänder machen. Die sind wahrscheinlich, genau, faster belts, 320 Items pro Minute. Das wäre natürlich auch eine Idee, dass wir die vielleicht schon mal machen. Äh, ich mache die mal einfach schon. Kein Plan. Ah, warte, hier sind die Stufe 2 Dinger. Ja, genau, okay, im Forschungslabor 2 können wir Science Packs 2 mal... Okay. Alles klar. Also, wir brauchen, glaube ich, dann doch erstmal noch das zweite Forschungslabor. Was brauchen wir denn für ein zweites Forschungslabor? Fürs Forschungslabor 2 brauchen wir Blast Resistant. Ach, guck mal, das ist interessant. Seht ihr das? Da steht Blast Resistant. Also, widerstandsfähig gegen Explosionen. Okay, scheinbar habe ich genug. Dann machen wir einfach mal eins. Und zwar, warum habe ich jetzt gerade geglaubt, dass ich da, äh, Wissenschaftspakete 2 brauche? Ich habe keine Ahnung. Die Baustelle können wir ja schon mal an den Start bringen. Stimmt, wir müssen ja dann noch Material reinfüllen, damit das dann auch gebaut wird. Guck mal, da braucht man dann auch Stahl und fortgeschrittene Maschinenteile. Müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt machen können schon. Aber Blast Resistant ist ein interessanter Hinweis. Das deutet ja darauf hin, dass man irgendwann auch an den Anlagen Schaden machen können wird, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Weil warum sollten die sonst Blast Resistant sein, als besonderes Schmankerl, wenn das nicht gehen würde sonst? Kann man Explosives erforschen? Warte mal ganz kurz. Kann man das schon zufällig? Bergbau, Laser. Laser! Jumppack, Strommast groß, gucke mal. Da haben wir doch recht gehabt, als wir gesagt haben, da kommt bestimmt noch mal ein größerer Strommast. Aber ich sehe jetzt hier nichts, was nach Sprengstoff aus... Explosives! Im Forschungslabor 2! Aber wir müssen vorher noch Stahl erforschen. Warte mal, Stahl wird neu gebraucht vorher. Stahl geht aber... Okay, geht auch nur im Forschungslabor 2, wie es aussieht. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Abhängigkeit, Forschungslabor 2. Herstellungsrezept Schreif halten. Okay, egal. Warte, wir bauen jetzt erstmal diese Anlage auf. Die kann ja einfach im Dreck stehen, das Forschungslabor. Das ist ja egal. Yeah, gucke mal. Wir brauchen Building Blocks 400. Elektronische Komponenten 200. Und Maschinenteile 400. Okay, warte. Maschinenteile haben sich bestimmt schon aufgestaut hier drüben. Da können wir schon einfach mal... Guck mal, da haben wir 200. Da nehme ich jetzt einfach mal alle raus. Was? Nice. So, und dann stecken wir die dem schon mal rein. Da müssen wir jetzt nicht mit dem Förderband machen. Guck mal, da haben wir schon Building Blocks 11 und 334. Okay, Building Blocks. Building Blocksberg. Nein, hier ist nichts mehr drin an Zeug. Können wir da nochmal was reinpacken? Ne, geht nicht. Okay. Sind denn Platten aufgestaut? Ja, Platten sind aufgestaut. Da nehme ich mal welche raus. Schunderwöhn. So, da machen wir jetzt mal in der Hose. Machen wir jetzt einfach mal die Building Blocks. Das geht ja relativ schnell. Oh, guck mal. Wir können gar nicht so viele machen. Technumstäbe. Okay, warte. Technumstäbe kriegen wir, denke ich mal, ganz viele. Wenn wir mal hier gucken nochmal. Naja. Nein, nicht ins Inventar. Da wollte ich jetzt nicht drauf. Ich darf ja... Ich wollte euch mal wieder triggern, indem ich das Inventar aufmache. Muss ich auch mal ab und zu halt mal machen. So, warte. Hier. Nein, nicht hier. Hier auf der Seite war es. Da war es. Da war es. Guck mal hier. Nice. Schunderwöhn. So, warte. Yo. Guckt euch das an. Gleich mal hier richtig reinknallen. 400 brauchen wir. Das reicht vorne und hinten nicht. Okay, wir müssen mehr Platten machen noch. Dann muss ich mal schauen. Warte, ist hier irgendwo eine Quelle in der Nähe? Zu der war ich schon hingegangen. Ich gehe jetzt nochmal zu dieser einen Quelle da. Zu dieser... Was war das jetzt? Techno-Quelle? Die Techno-Quelle. Und dann fahren wir da nochmal und packen wir da nochmal ein bisschen was in den Furnace rein. Dass wir das noch schnell machen. Schnell machen, schnell machen, schnell tun. Und dann können wir das bauen, oder? Warte, bin ich jetzt richtig? Ja, ich bin richtig. Ich muss nur gucken. Da hinten sind sie. Ich sehe sie schon. Da sind die Knüppel. Genau. Wir holen uns jetzt hier mal ein paar Knüppel. Und dann stopfen wir das Erz nämlich da noch mit rein. In den Schmelzer. Und dann geht das nämlich alles doppelt und dreifach so schnell. Ich gucke jetzt gleich mal. Hier waren noch welche in der Nähe. Wir gehen gleich nochmal zu... Zu dem da hinten gehen wir jetzt auch gleich noch. Und holen uns das auch noch. Je mehr wir zum Reinstopfen haben, desto besser ist es. Dann nehmen wir uns gleich mal einen schönen Schwung mit. Was? Die Disco ist doch die Techno-Quelle. Wie heißt das? Xenopherit. Genau. Xenopherite war das. Ja, da kann man ja noch richtig geile Sachen auch erforschen. Abbaulaser. Sprengstoff. Lampen und Licht. Lampen und Licht bräuchten wir mal für die Nacht. Die Nacht ist schon recht dunkel auch. Ich meine, meine Lampe, meine Kopflampe ist eigentlich ganz gut. Aber, genau. Wäre schon ganz gut, wenn wir das vielleicht auch noch mal machen. Alter Mann hat gleich auch mit Prime abonniert. 126 Monate schon. Vielen lieben Dank. Moinsinn, der Bohrbär. Der Bohrbär ist wieder am Bohren. Nicht schlecht. Ja, das ist hier bestimmt noch so die simpelste Ausbaustufe von meinem Mecher hier. Ich bin ja ein Roboter. Ein Robo-Bär bin ich ja eigentlich. Und ich kann mich dann bestimmt auch noch mit Lasern ausstatten und sowas alles. Das wird noch ganz krass, glaube ich. Passt mal auf, was ich noch für eine Metamorphose hier durchmache. Demnächst. So, jetzt hier stopfen sie hinein den Erz. Das ist kein Scherz. Okay, davon haben wir jetzt nichts. Wie viel Erz habe ich denn eigentlich? Jetzt habe ich ordentlich Erz, genau. Warte mal, dann stopfen wir jetzt hier die Platten schon mal rein. In die Baustelle. 266 von 400. Siehst du, das dauert gar nicht so lange. Elektronische Teile wären noch lustig. Können wir die zufällig machen? 200 brauchen wir da. Können wir da welche machen? Moment, waren es jetzt elektronische Komponenten oder elektronische Teile? Komponenten, genau. Nicht, dass wir jetzt das falsche machen. Drahtspule, genau. Technumstäbe brauchen wir jetzt wieder. Da holen wir gleich auch noch mal welche. Da ist doch bestimmt auch was aufgestaut jetzt wieder. Ich bin ein Bärbot, genau. Nicht zu verwechseln mit Bärbock. Das ist was anderes. So. Hier, genau. Nimm das. Warte, da können wir gleich den Erz... Ah, ne, können wir nicht. Die sind hier wieder zu langsam. Hier müssen wir eigentlich auch noch mal einen zweiten Minator hinstellen. Weil die Drohnen einfach nicht schnell genug sind hier. Die sind, äh... Die sind eine Idee zu langsam, sodass immer der Schmelder eins zu wenig kriegt. Also er kriegt immer nur die Hälfte von dem, was er braucht. Deswegen hält er zwischendurch auch an. Aber ist jetzt erstmal egal. Sieht nice aus. Ja, das ist auch ein echt nice Spiel. Dafür, dass das halt erst nur eine Alpha ist, muss ich sagen. Finde ich das schon ganz gut. Also von den Grundfunktionen her und so. Und von der ganzen... Von der ganzen Progress-Logik und so. Finde ich das schon echt nice. Guck mal, elektrische Komponenten, 42. Machen wir gleich noch mehr. Können wir noch mal jetzt gleich auch die Building Plates, können wir gleich noch machen hier. Guck mal, nimm das mal raus und mach das rein. Genau. Sehr nice. Hier war ja nichts drin. Genau. So, dann mach mal. Ah ja, jetzt fehlen uns halt Technumstäbe. Warte, sind hier zufällig Technumstäbe aufgelaufen? Ja, so ein bisschen, aber das nützt uns hier jetzt halt nicht so viel. Hier sind, äh... Ach warte, mechanische Teile brauchen wir doch auch noch, oder? Brauchen wir nicht auch noch mechanische Teile? Maschinenteile? Ja, guck mal, da brauchen wir auch noch welche. Aber da brauchen wir nicht so viele. Dann nehm ich jetzt mal einfach welche raus. Jetzt muss ich mal kurz Inventar verwalten machen. Warte mal, ich nehm mir mal hier Rotz raus. Und hier nehm ich mir mal... Kann ich mir die Hälfte rausnehmen von denen irgendwie? Jetzt hab ich mir alle rausgenommen. Ach, ist egal. Ich wollte mir nur ein Teil rausnehmen. Deswegen, aber egal jetzt. Guck mal, jetzt haben wir die Teile. Maschinenteile. Jetzt fehlen nur noch die Building Blocks. Und Building Blocks können wir ja wieder machen jetzt. Genau. Das sind ja dann immerhin schon fast 300. Dann haben wir sie ja fast alle schon beieinander. Nicht schlecht. Ich kann die anderen Sachen natürlich auch noch automatisieren an sich. Also, beziehungsweise, ich müsste auch noch ein bisschen mehr automatisieren. Damit das alles noch ein bisschen fixer geht. Guck mal, jetzt haben wir hier noch ein bisschen mehr. Da haben wir hier 75 elektronische Teile. 306 von 400 Building Plates. Das sieht doch schon mal ja nicht so schlecht aus. So, und hier müssen wir jetzt wieder reinstopfen und entnehmen. Genau. Können wir uns vielleicht noch so eine blaue Quelle nochmal suchen? Da ist doch bestimmt noch eine irgendwo. Guck mal, die beuten wir ja gerade aus. Da ist noch eine blaue Quelle. Ich geh jetzt nochmal und hol mir nochmal ein bisschen Schlumpferz. Ich muss mir wieder gepresste Schlümpfe holen. Damit ich die dann wieder ausquetschen kann. Damit die, damit dann da wieder Stäbe rauskommen. Schlumpfstäbe. Braucht mehr blaues Zeug. Ich habe gerade schon auch echt so Minecraft-Vibes. So Minecraft-Fleischbacks irgendwie so. Das ist schon irgendwie lustig. Also so, man hat so ein bisschen so leichtes Minecraft-Feeling durch diese blockartige Welt einfach. Ich rechne immer jeden Moment damit, dass irgendein Creeper oder so hinter so einem Baum hervorspringt. Oder so ein Zombie oder so. Oder so eine Spinne. Dass man diese Geräusche dann auch hört irgendwie von diesen Gegnern. Also beim Creeper hört man ja nichts. Aber beim Zombie, dieses... Oder bei den Spinnen dieses... Dieses tauchende Sabbern irgendwie. Oder sabbernde Fauchen. Irgendwie voll cool. Ich hoffe, es wird auch noch Gegner geben, wie gesagt. Dass man sich dann noch wirklich verteidigen muss. Oder das Klappern von den Skeletten auch. Dieses, was so ein bisschen xylophonisch klingt so. So heult sich xylophonisch. Wann habe ich das lange nicht mehr gespielt, Minecraft? Ey, das ist voll lange her. Das ist bestimmt jetzt schon drei Jahre her, seit ich das zuletzt... Ach, was sage ich? Vier Jahre, fünf Jahre, seit ich zuletzt Minecraft gespielt habe. Das ist voll lange her auf jeden Fall. Mega, mega lange. So, guck mal. Da können wir das wieder rausnehmen und wieder reinstecken. Reinstecken. Immer schön reinstecken. Genau, guck mal. So, dann kommt nämlich ordentlich was bei rum. Jetzt gucke ich nochmal hier drüben rein, wegen Techno-Stäbe. Springen wir da mal hin. Und gehen da mal rein. Upsala. Alles entnehmen. Genau. Und jetzt können wir nochmal die Platten... Ne, können wir nicht. Waren da jetzt keine Stäbe drin? Hat er jetzt gar keine genommen? Okay, krass. Warte mal, ich sollte mich aufs Band stellen und F drücken. Ah, tatsächlich. Guck mal, da kann ich das alles runtergraben, was da drauf ist. Das ist ja auch eine Lösung, ne? So komme ich ja auch relativ schnell auf meine Kosten. Machen wir doch gleich mal Bauplatten dann gleich. Ups. Nicht schlecht. Also man kann wie in Saates auch einfach aufs Band steigen und einfach Sachen nehmen. Schon da würden. So, warte. Gleich nochmal Platten machen. Dann haben wir die Platten schon mal abgehakt jetzt. Yo, 400. Okay, nice. Haben wir. Und jetzt noch Komponenten. Was braucht man denn da vor allem dafür? Für Komponenten... Technum-Stäbe. Okay. Vor allem Technum-Stäbe. Ja, das sollte ja eigentlich... Das sollte jetzt eigentlich schnell gehen, weil jetzt haben wir ja hier nochmal was angeworfen. Radspul. Genau. Wir brauchen ganz viele Technum-Rods jetzt. Dann schnappe ich mir jetzt vom Band nochmal welche runter einfach. Kommt eh zu viel. Yo, guck mal. Ich kann einfach durchrennen. Und dann nimmt er sich einfach alle runter vom Band. Warte kurz. Das will ich nochmal demonstrieren. Schaut mal. Ich kann richtig rennen, ja? Und dann kann ich mir hier richtig alles runtersaugen davon. Nice. Das ist wie bei Factorio fast schon so ein bisschen hoch. Aber wenn man natürlich vom Band runterfällt, ist es natürlich ungünstig. Aber egal. Ich kann das jetzt trotzdem nutzen zum Herstellen. Guck mal. Nice. Guck mal. 119 haben wir jetzt. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Das wird was. Das wird was. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Nehmen und reinstecken. Nehmen und reinstecken. Nehmen und reinstecken ist immer eine gute Lösung. Guck mal. Das ist schon wieder vollgelaufen, das Band. Gleich mal greppen. Gleich mal greppen. Gleich mal greppen. Gleich mal greppen. Okay. Jetzt ist es hier doch nicht vollgelaufen. Da denn los. Gleich mal greppen. Gleich mal greppen. Gleich mal greppen. 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 Der läuft hier nicht durch, ne? Das habt ihr mir schon geklärt. Ne. Der läuft nicht durch. Aber warte mal. Ich kann ihm doch auch was reinstecken. Warum stecke ich ihm eigentlich nichts rein? Wenn ich allen anderen was reinstecke, muss ich ihm doch auch einen reinstecken. Sonst ist er doch traurig, wenn ich dem nichts reinstecke. Kann doch nicht wahr sein, ey. Muss auch mal mitdenken hier. So. Nehmen und reinstecken. Oh, ich hab nichts mehr zum reinstecken. Jetzt hab ich nichts mehr zum reinstecken. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Aber egal. Wir haben ja, glaub ich, jetzt genug. Guck mal. 158 Komponenten. Jawohl. Guck mal. Wenn wir jetzt hier noch die 40 machen, dann haben wir es doch. Dann sind wir doch da. Dann haben wir es doch. Was? No Call Crafting Action Scott Köd. Missing Material. Bitte was? Ah, es wird Nacht. Warte mal. Jetzt müssen wir mal die Batterien checken. Wie viel Battery Power haben wir jetzt? Jawohl. 53%. Nice. Guckt euch das an. Zieht euch das doch rein. Das heißt, ich glaub, wir brauchen jetzt gar nicht mal mehr irgendwelche Biomassegeneratoren. Weil die sind ja quasi nur Notstromgeneratoren. Die bleiben jetzt stehen, solange bis die Batterien leer sind. Und da die Batterien jetzt erstmal eine ganze Weile wahrscheinlich nicht leer gehen, haben wir jetzt erstmal genug Strom, um das hier zu machen. Nice. Geile Sache. Strom ausreichend am Start. So, jetzt steckt man noch die Komponenten rein. Oh, wir brauchen nur noch 10. 9 meine ich. Ich brauche nur noch 9 Zahlen und so. Ist schwierig heute. Sehr, ganz schwierig. Ich habe heute ein bisschen verschlafen. Ich habe heute bis 16 Uhr geschlafen, weil mein Wecker nicht an war. Diese Ausreden immer, ja. Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen, wollte ich auch nochmal sagen an der Stelle. Finished Construction. Ja, die finnische Construction ist auch die beste. Wissenschaftspaket Stufe 2 haben wir jetzt schrei gefaltet. Stahl. Fortgeschrittene Maschinenteile. Additional Technologies are now available for research. Verstanden. Nice. Okay, sauber. Förderband Stufe 2 wird ja gerade hier an dem Labor erforscht. Genau. Dann müssen wir jetzt mal schauen, was brauchen wir denn jetzt für die Teile? Jetzt sind die nämlich, ich habe mich beim letzten Mal schon gewundert, warum ich die Stufe 2 Forschung nicht habe. Aber da, guck mal, da brauchen wir Building Blocks und Förderband Stufe 1. Also, wir müssen Förderbänder automatisieren und Building Blocks müssen wir automatisieren. Das heißt, wir brauchen wesentlich mehr von allem. Wir brauchen wesentlich mehr von allem. Wir brauchen mehr Furnaces. Wir brauchen mehr Drohnenförderanlagen. Wir brauchen mehr, mehr Herstellungsmaschinen. Okay, wir können schon mal direkt dafür sorgen, dass wir ein Furnace noch kriegen eigentlich. Gib mir das. Und steck das rein. Gib mir das. Jetzt habe ich nichts mehr zum reinstecken. Siehst du, lass mal gleich Förderbänder machen. Am besten gleich 2. Warte, wir haben ja sogar den... Warte mal, Induction Smelter. Was heißt denn das eigentlich? Smelter? Der hat einen Speed von 2 und einen Energieverbrauch von 100. Induktionssmelter hat eine Geschwindigkeit von 1 und eine... Was? 2 Megawatt Verbrauch? Ach du meine Güte. Aber ist der jetzt besser? Ich stecke irgendwie nicht so ernst. Wo ist denn da jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Außer, dass der eine mehr kostet und mehr Stromverbrauch. Der scheint aber langsamer zu sein als der normale. Ich kann den ja mal machen. Aber da brauchen wir wesentlich mehr Energie. Ich mache mal einen davon. Ich will mal gucken, wie der aussieht. Ob der anders aussieht. Und dann mache ich hiervon noch einen. Und dann am besten gleich noch ein Solarpaneel, wa? Krass, krass. Und hier noch ein Drohnendings. Ich will den mal kurz aufbauen hier, den Induktionsschmelzer. Induktionsofen. Mal gucken, was der so anders macht. Okay, der sieht auch ein bisschen anders. Der sieht kleiner aus, oder? Der ist kompakter, oder? Ich glaube, der ist einfach nur kleiner. Sieht aber geil aus. Missing Building. Ach ja, ohne Building Foundation kann ich ja nicht sehen, was der so enthält. Vielleicht kann man damit ja Stahl herstellen. Vielleicht geht das ja an dem da nicht. Okay, wir brauchen... Wir brauchen wieder mehr Building Blocks. Warte mal, ist hier noch... Building Blocksberg brauchen wir. Gib mir das und steck wieder was rein. Ah, reinstecken geht nicht mehr. Ja, reinstecken ist vorbei mit reinstecken jetzt. Da müssen wir wieder Zeug holen, wenn dann, zum reinstecken. Okay, warte. Dann mach nochmal, mach nochmal hier. Plates. Ich hol mal nochmal... Haben wir noch Technokrati-Stäbe hier? Ich hol nochmal Stäbe. Von hier drüben. Und ich hol gleich auch nochmal Ressourcen, glaube ich. Du musst größer denken. Ich weiß, dass ich größer denken muss. Aber das ist nicht so einfach. Wah, hier ist ja schon wieder alles leer auch. Okay, warte. Ich muss Material besorgen. Ich muss Material besorgen. Ich gehe jetzt nochmal... Hatten wir... Da hatte ich jetzt noch nicht alles geholt, ne? Beim Techno. Ich gehe da jetzt nochmal hin. Ja, ich muss größer denken. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir müssen eigentlich mal die Bauplatten automatisieren. Also grundsätzlich. Das müssen wir jetzt ja sowieso machen. Für die Produktion der Stufe 2 Forschung. Aber auch fürs Bauen. Weil sonst muss ich die ja ständig immer erstmal in der Hose machen. Aber es wäre schon geil, wenn ich sowas halt... Was ich zum Bauen brauche halt nicht in der Hose machen muss. Sondern wenn das halt für mich schon vorgefertigt wird. Und ich es mir dann einfach nur in die Hose stecke. Das wäre schon irgendwie geiler nochmal. Also müssen wir das einfach mal jetzt sicherstellen. Dass wir einfach Baumaterial herstellen noch. Aber jetzt muss ich erstmal mein eigenes Baumaterial in der Hose machen. Weil sonst habe ich nicht genug, um die Sachen zu machen. Damit ich es nicht mehr in der Hose machen muss. Hier irgendwo... Hier ist es, genau. Ich nehme das gleich mal mit hier. Wir nehmen jetzt hier mal alles mit, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Vielleicht mal schauen, ob es bessere Minatoren gibt. Ja, das müssten wir wirklich mal schauen. Ah, Forschung abgeschaut. Okay, warte. Ich kann ja G drücken. So, bessere Minatoren. Verbrennungsgenerator gibt es. Drohne. Mina 2. Guck mal. Aber ah, da braucht man Wissenschaftspaket 2 dafür. Also, wie gesagt. Wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir die grundlegenden Dinge produzieren. Jetzt schnappe ich mir noch das andere Erz. Das Xenopherit. Guck mal. Da ist was. Wenn wir da in die Richtung laufen, dann müssten wir da eigentlich drauf zukommen. Spielbär schafft es mir mal wieder, dass ich das Spiel kaufe, um es effizienter zu machen als er. Siehste. Ich muss euch doch nur triggern und dann kauft ihr das. So ist das. Wenn ich euch triggere, dann kauft ihr das schon. Ihr könnt euch das übrigens auch schon kaufen, den Alpha-Zugang. Geht auf der Webseite des Entwicklers. Link dazu, wie immer, in der Videobeschreibung unter dem Video. Kann man ja aufklappen da, bei mehr Anzeigen. Und dann gibt es da Links und alles mögliche. Da gibt es übrigens auch Links zu meinem Twitch-Konto hier. Zu meinem Twitch-Dings, wo immer die Livestreams laufen. Für alle, die das auch noch nicht wussten. Ich glaube, da gucken manche immer gar nicht rein da unten. Aber da sind ganz viele tolle Sachen immer verlinkt. Da kann man ganz viele tolle Sachen finden, die großen Kindern Freude machen. Größer denken kann ich nicht in First Person. Fällt mir in Third Person leichter. Ja, oder in Godview. Also von oben so, ne. Bin ich vorbeigerannt? Ich bin vorbeigerannt. Ich bleibs, warte mal. Ich muss wieder da hin. Ja, größer denken bei Factorio. Selbst bei Factorio fällt mir größer denken ja oft schwer. Weil immer wenn ich denke, dass ich groß gedacht habe, dann habe ich nicht groß genug gedacht. Denke nie gedacht zu haben. Denn das Denken von Gedanken ist gedankenloses Denken. Kann ich da nur sagen. Ist halt wirklich so. Wenn man gedacht hat, dass man gedenkt hat, dass man groß gedacht hat, dann gedenkt man zu denken, dass man groß denkt. Aber es... Aber denkt nicht dran, dass man nur denkt, dass man groß denkt. Man denkt halt nur, dass man groß denkt. Aber man hat nicht groß genug gedenkt. Im Gedenken an das Großdenken. Es geht nie groß genug. Denkt mal drüber nach. Bau einfach größer, wenn du denkst, dass du groß gebaut hast. Genau. Also wenn ich dran denke, ja. Ich muss ja auch dran denken dann. Kann ja auch sein, dass ich gerade nicht dran denke. Vielleicht denke ich auch an was ganz anderes gerade. An was Großes. Nein, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Okay. Not enough space in character inventory. Nicht genügend Freiraum. Nicht genügend Freiraum. Nicht genügend Platz. Okay. Vielleicht sollte ich als nächste Forschung mal die Inventargröße erforschen direkt. Ist doch eine gute Maßnahme. Ich hatte nämlich keine weitere Forschung eingereitzt. Siehste, da bin ich auch immer ganz schlampig. Nein, jetzt habe ich die Spacebar durchgescheitert. Das wollte ich gar nicht. Mit Tab kann man übrigens noch die drei anderen oder die zwei anderen Schnellleisten aktivieren. Gut, dass ich meinen Furnace markiert habe. Das war das Dämmerste, was ich bisher gemacht habe. Das war das Intelligenteste, was ich getan habe in diesem Spiel bisher. So, genau. Guck mal. Da ist ja die Inventargröße. Es geht ja schnell. Die ist ja dann auch gleich erforscht. Jetzt stopfen wir den hier noch ordentlich voll. Stopfen. Immer schön stopfen hier. Genau. Nice. Jetzt wollte ich ins Inventar gucken eigentlich. Genau. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Guck mal. Und jetzt gehen wir hier wieder hier hinten hin. Da können wir dem nämlich bestimmt auch noch was reinstopfen. Das war. Denkste wohl. Jod wie jans toll. Guck mal. Was? Nur 53? Das ist ja schon wieder Ende. Das ist ja schon wieder alles alle hier. Ich habe einfach zu viel Schnodder im Inventar. Aber gut. Ich kriege ja gleich nochmal eine Inventarvergrößerung. Ich kriege ja gleich eine Vergrößerung. Nicht schlecht. Für meine Hose. Hosenvergrößerung. Na guck mal. Jetzt müssen wir das ja hier auch mal rausnehmen. Nicht wahr? Ja. Reinstecken ist nicht. Genau. So warte. Was hatte ich jetzt gesagt? Was brauchen wir jetzt? Mehr Platz. Wir brauchen mehr Bauplatten noch. Das andere hatte ich jetzt ja alles schon. Einen Assembler habe ich ja auch schon. Mehr Bauplatten. Genau. Mach mal mehr Bauplatten. So. Wo erweitern wir denn jetzt die Anlage? Ich würde die jetzt hier mit erweitern. Hier hinten irgendwie. Wir können ja mal hier noch frei buddeln gleich mal. Ah ne. Müssen wir ja gar nicht. Stimmt. Das ist ja die richtige Höhe schon. Ne. Das passt schon. Dann müssen wir gar nicht buddeln. Siehst du mal. Habe ich eigentlich Erde im Inventar? Ich habe auch Erde im Inventar. Warte mal. Ich stelle jetzt mal hier diesen Container auf. Äh. Moment. Das war falsch. Gehen wir mal hier. Guck mal. Der ist schon ganz schön groß. Den drehen wir mal und stellen den mal hier hin. Dann kann ich nämlich da schon mal Sachen reinpacken. Die ich nicht brauche. Wie kann ich denn da drauf zugreifen? Äh. Ah. Man muss den vorne öffnen tatsächlich. Autosort. Warte mal. Da stopfen wir jetzt gleich mal hier die Steine und so. Alles was ich nicht brauche an Blöcken. Dann bin ich jetzt schon mal los. Scheinbar kann man da aber kein Förderband anschließen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Man muss da wirklich an die Tür vorne ran. Man muss das aufmachen. Man muss das reinstecken. Das ist ja krass. Das ist ja. Das ist ja toll. Warte. Hier so. Jetzt stelle ich erstmal. Jetzt mache ich erstmal. Wir machen jetzt erstmal Dinge. Erstmal hier eine schöne große. Was? Wie? Das ist schon gewesen? Das ist es schon gewesen. Das war es schon. Das ist ja minimäßig. Okay. Wir brauchen viel mehr von allem. Ich muss auch eigentlich mal diesen ganzen Wahnsinn. Muss ich eigentlich mal viel logischer bauen irgendwie. Das ist alles ziemlich unlogisch konstruiert. Wir müssen eigentlich mal schauen, dass wir hier die Förderanlagen vielleicht auch noch mal irgendwie... Dass wir hier vielleicht noch mehr aufbauen. Aber dass einige davon vielleicht ihr Zeug auch woanders hin transportieren. Warte mal. Ich mache jetzt mal folgendes. Ich mache jetzt hier mal noch ein bisschen mehr Platz noch. Dass wir hier noch eine Anlage hinstellen jetzt. Jetzt kann ich natürlich... Ah, Technumstäbe fehlen. Und Technum... Technum ist hier. Warte. Mehr Platten zum Bauen. Genau. Guck mal. Dann machen wir hier schon mal das jetzt voll. So. Und dann machen wir da jetzt noch so einen Förderer gleich mal hin. Sodass das Panel hinten ist. Genau. Katscha bumm. Dann macht das hier auch noch weg. Und dann machen wir hier die Platten noch hin. Wir brauchen mehr Förderanlagen. Genau. Und dann braucht man natürlich auch mehr Anlagen, die das dann umfüllen. Warte. Kommt da noch was raus? Ne, da kommt nichts mehr raus. Da kommt auch nichts mehr. Da können wir aber nochmal reinstecken. Ich will jetzt nochmal Rotz holen. Unlogisch. Kann ich bei dir gar nicht glauben. Der Logistikcontainer hat Anschlüsse. Der Container ist nur... Ist nur eine Truhe. Okay. Nein, hier ist nichts drin. Warte, dann muss ich es mir vom Band grabben jetzt. Rotz. 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 Ah nein, ich bin runtergefallen. Ich kann nicht mal in einer Linie gerade auslaufen. Da würde ich bei der Polizeikontrolle total durchfallen. Okay, warte. Da würde ich total versagen. Huch. Oh Gott. Habe ich mich erschrocken jetzt. Jetzt habe ich, jetzt habe ich alles. Genau. Guck mal. Jetzt können wir aber gleich nochmal... Können wir gleich nochmal hier so einen Einfüller machen. Und so einen Ausfüller. Machen wir gleich zwei. Und mach gleich nochmal hier so ein Ding. Und mach gleich nochmal zwei davon. Und noch so ein Ding. Und nochmal zwei davon. Und nochmal Förderbänder. Oder ich glaube die 25, die wir jetzt haben... Na, warten wir mal noch kurz. So. Jetzt machen wir hier noch den Boden weg. Schön hier beim Mast. Beim Elon Mast. Aufpassen, dass ich den Mast jetzt nicht unten drunter weggrabe. Ich glaube, wenn die Bäume kaputt gehen, wenn denen ihr Fundament entzogen wird, könnte es sein, dass der Mast vielleicht auch kaputt geht dann. So, da haben wir das erstmal jetzt. Genau. So, jetzt machen wir hier... Hier machen wir jetzt noch einen daneben. Keine Abbaubahn. Nein. Okay. Dann ist das doof gewesen. Warte, dann muss ich eigentlich... Warte, dann... Sekunde. Dann rasieren wir jetzt hier nochmal diesen Streifen weg. Achso. Das muss ich einzeln machen. Dann machen wir das jetzt anders. Man muss auch hier jetzt echt intelligent sein. So ein bisschen. Also man muss schauen, dass man auch intelligente Dinge tut. So. Und so. Guck mal. Da auch bitte. Dankeschön. So. Und dann hier vorne auch noch. Ich brauche hier Platz. Platz. So. Und dann ziehen wir das hier hin. Genau. So. Jetzt macht man hier noch den Förderer hin. Pass mal auf. Genau. Und dann macht man nämlich die Ausfülldinger. Die Ein- und Ausfülldinger. Die kommen dann... Da kommt einer da hin. Genau. So. Nee, warte. So. Genau. Building. Und dann kommt noch einer da hin. Da hin. Und da müssen wir dann sagen... Output. Genau. So. Und dann kommt da das Band runter. Und das wird dann einfach nach hinten gefädelt. Pass mal auf. Nach hinten. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier vielleicht daneben noch ein Furnace aufstellen. Aber genau. Warte mal. Ich wollte ja auch noch mal gucken wegen... Ich baue jetzt noch mal diesen Furnace hier auf. Diesen krassen. Ich will mir wissen, was da jetzt eigentlich genau produziert wird. Was kann man denn da drin jetzt machen eigentlich? Stahlbarren. Was braucht man denn da? Oh, da braucht man beide Erze. Nee, Moment mal. Ignium. Ignium ist was ganz anderes. Ignium ist gar kein Erz, was ich hier schon gefunden habe. Das müssen wir erstmal finden, glaube ich. Ignium. Xenopherit haben wir. Aber Ignium, das ist nicht Techno-Ding. Okay. Kann das sein, dass es das vielleicht nur in der Erde gibt? Powerpoll. Wollme. Ah, guck mal. Wandhalterung für Strom gibt es auch. Mapscan. Xenopherit. Ah, guck mal. Technum. Hier, hier, hier. Warte. Ich glaube, ich habe es gleich. Habe ich jetzt die Forschung gewechselt? Ich hoffe nicht. Nee. Ich glaube, das ist hier irgendwo mit bei. Das muss man hier irgendwie machen. Ohr, Refinement. Technum und Xenopherit. Ich hätte aber gerne noch das andere auch. Das wäre mal ganz praktisch. Also wird mir das quasi nicht auf der Karte angezeigt. Kann das sein? Das muss ich einfach dann finden. Mit Glück oder so. Dieses, äh, andere. Weil ich sehe jetzt hier keine Freischaltung dafür, dass ich da scannen könnte. Jetzt ist halt die Frage, kann ich das auch mit Glück einfach finden? Oder ist das, ist, gibt es das überhaupt an der Oberfläche? Also meine Map zeigt das gerade noch nicht an, wie es aussieht. Vielleicht einfach mal danach suchen. Oder einfach mal in die Erde graben und mal gucken, ob da was ist. Aber vielleicht sollte ich mich auch erst mal drauf konzentrieren, jetzt die Produktionen hochzufahren. Ich meine, dann verzichten wir da erst mal drauf. Dann können wir halt erst mal keinen Stahl machen. Du musst dafür auf 86 Höhenpunkte runter. Echt? Oh mein Gott. Also wie in Minecraft. Manche Sachen gibt es nur auf bestimmten Höhen. Okay. Dann müssen wir graben. Dann wäre es vielleicht doch schlau, wenn ich noch den Duellstufe 2 vielleicht versuche freizuschalten. Wenn ich gleich die Inventargröße erforscht habe. Damit ich da auch entsprechend dann nach unten komme. Damit das nicht 10 Jahre dauert. Aber das ist ja dann auch reine Glückssache eigentlich. Weil dann müsste ich ja da unten nicht nur erst mal auf die Höhe kommen. Dann müsste ich auch erst mal genau wissen, wo dann das Vorkommen ist. Und an dieser Stelle endet diese Folge Foundry in der Alpha. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Foundry, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit A.E. Spiele kaufen, da wird es für euch nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao, ciao.